Ja, Hallöchen, ich bin hier im Hotel Andreas und bin gerade auf dem Weg in den Weinshop und da sehe ich schon die wunderschönen Raritäten, die es gibt. Aceto Balsamico in klein, in groß, lauter Leckereien. Dann gehen wir gleich mal rein in den Shop. Ja, und da haben wir auch schon meinen Freund Andi, unser Sommelier. Ja, hi lieber Andi. Hallo Ernst. Und wie geht es dir hier? Mir geht es hier immer gut. Super, in deinem Reich, gell? In meinem Reich, genau. Ja, das ist dein Paradies. Ja, kannst du kurz was dazu sagen? Was hast du alles Schönes hier? Du Ernst, wir haben die ganzen Beine, die in der Weinkarte sind, bieten wir auch zum Verkauf an. Ja. Plus haben wir einige Leckereien, wie du schon gesagt hast, also sprich Aceto Balsamico, zehn bis zwölf verschiedene Olivenöle aus den ganzen Regionen Italiens. Super. Plus spitzen Grappas von Birman bis Toskana bis Südtirol. Klasse. Verschiedene. Ja. Alles zum Verkauf hier. Aha. Das haben wir noch hier aus der Toskana verschiedene Mustarde für den Käse, also Senf. Ja, jawohl. Äh, Obst, Senfe praktisch. Aha. Und Käse dazu. Dann verschiedene Raguts für die Nudeln. Jawohl. Plus haben wir auch noch im Verkauf Speck und Kaminwurzen, also diese typischen Südtiroler Produkte. Jawohl. Äh, wir haben jeden Tag hier zur Verkostung eben diese verschiedenen Olivenöle plus die Aceto Balsamici plus zwei Bio-Apfelessig aus Südtiroler Produktion. Jawohl. Und wir machen einmal die Woche eine gratis Olivenölverkostung für die Gäste. Super. Plus, äh, jeden Freitag ab fünf Teilnehmern eine Weinverkostung. Sehr gut. Da hast du ja, glaub ich, schon alles vorbereitet, gell? Ich habe das heute ja vorbereitet, weil wir ja heute eine Sonderweinverkostung haben, um halb sechs. Normal ist sie um 15.30 Uhr. Ja. Aber die, äh, Gäste haben heute eben ein Golfspiel und kommen ein bisschen später, aber das ist bei uns kein Problem. Wir machen das auch auf Anfrage. Ja, sehr schön. Wie lange bist du schon Sommelier? Ich bin seit 1994. Ja, Wahnsinn. Fast 20 Jahre, ha? 18 Jahre jetzt. Ja. Seit 20 Jahren und ich habe mich seit über 30 Jahren mit Wein beschäftigt. Ja, klasse. Sehr schön. Das ist ein wunderschönes Reich hier. Ja, wir haben heuer eben ganz kleine Änderungen gemacht. Also, wenn du mit mir kommst, wir haben hier hinten unsere Mannium-Ecke gemacht. Ah, super. Wo wir verschiedene Manniums, die wir eben in der Karte haben auch und auch zum Verkalkern bieten. Okay. Plus haben wir hier hinten unsere kleine Schatzkammer mit unseren Spitzenleinern, die hier bei ja richtig auf der Temperatur gelagert waren. Ja, super. Klasse. Dann würde ich sagen, machen wir gleich noch mal einen extra Videoclip hier zu den Oralitäten, wenn es für dich okay ist. Gerne. Super. Dann schon mal vielen Dank für das Interview bis hierher. Danke dir, lieber Andi.